Einen wunderschönen guten Abend hier aus Nürnberg von der Galabau. Wir haben soeben den Water Creation Award 2016 verliehen in vier unterschiedlichen Kategorien und wir haben uns sehr, sehr gefreut über all die vielen tollen Projekte, die eingereicht wurden. Und natürlich sind wir auch besonders stolz über unsere Innovation, die wir für 2017 vorbereitet haben. Im Fokus steht hier das Easy Garden Control, die zentrale Steuerung des Wassergartenteiches. Untertitelung des ZDF, 2020